Wir sind hier schon wieder. Ja, Herr Keller, das Leben ist hart. Das stimmt, das stimmt. Aber doch auch schön. Kollegen, wie sieht es aus? Habt ihr alle ein Bild? Ja. Ich hab das losgezogen, ja. Ganz gleich, erste Frage natürlich nach dem Personal. Wir haben gehört, Joel Matip soll zurück im Kader sein. Passt das? Das haben Sie gehört? Ja. Wer entscheidet das? Steht in der Zeitung. Nein, das können wir noch nicht absehen. Er hat gestern einen Großteil mitgemacht, aber ist noch nicht an die Maximalgrenze gegangen. Und deshalb ist es die Frage. Wir müssen heute noch mal schauen, ob es Sinn macht. Wer mal sagen kann, wer im Kader sein wird, ist Ushida. Er hat das Spiel gut weggesteckt bei der U23. Und er wird auf jeden Fall wieder dabei sein. Ja, müssen wir jetzt mal schauen. Aber von Anfang an. Wir müssen jetzt auch gucken, wie Marco Höger geht heute auf den Platz. Aber sein Fuß sieht sehr gut aus. Aber es ist noch nicht klar, ob es geht. Und Ushida wäre eine mögliche Alternative. Aber es geht aus. Aber es geht darum. Vielen Dank.